Kampf um den Königsschatz in der neuen Ritterwelt von Playmobil. Mit der Tarnkutsche gelangen die Falkenritter in die Königsritterburg. Überfall! Angriff abwehren mit der großen Kanone! Oh nein, sie erobern die Burg! Fallgitter schließen! Und schnell den wertvollen Königsschatz verstecken! Yeah! Der Riesentroll hilft uns! Die große Ritterwelt von Playmobil. Jetzt neu!